Das innovative Hybridhaus ist eine Kombination aus Fertig- und Massivhaus mit Wow-Effekt. Eine gläserne Dachspitze, das Atrium, lässt Licht in jeden Quadratmeter. Durch nicht tragende Innen- und Außenwände kann der Grundriss individuell geplant werden und bleibt flexibel. Die Chamäleon House GmbH baut deutschlandweit und kundennah. Hallo, ich bin Olaf Elze. Ich begleite Sie von der Besichtigung bis zum Einzug. Das Prinzip ist besonders. Einfach. Individuell. Einfach. Individuell.